Die 1980 in Betrieb genommene West-Austria-Gasleitung ist eine der wichtigsten Ferngasleitungen in Österreich und verläuft zwischen der Gasdrehscheibe Baumgarten an der Mach an der Grenze zur Slowakei nach Oberkapel an der Grenze zu Deutschland. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und künftig den Transport von Wasserstoff zu ermöglichen, wird nun ausgebaut. Viele werden sich noch an die Großbaustelle der Gasleitung von Rheinbach bis Badlion-Felden im Jahr 2012 erinnern können. Die Zusammenarbeit von der GasConnect Austria mit den Grundstücksbesitzern und regionalen Firmen war vorbildhaft. Wir haben damals ausführlich darüber berichtet. Nun kommt die nächste Baustelle, die aber noch viel größer ausfallen wird. Geht es doch um einen Leitungsstrang von 40 Kilometer von Oberkapel bis Badlion-Felden. Also eigentlich stehen wir gerade jetzt am Anfang in der Kommunikation zu den Grundeigentümern, weil wir mussten ja vorher planen und grundsätzlich das Projekt einmal vorbereiten. Jetzt haben die Grundeigentümer die ersten Briefe bekommen. Wir sind in Kontakt mit der Landeslandwirtschaftskammer, mit den Bürgermeistern. Uns ist wichtig, die Leute zu treffen, mit denen wir immer zu tun haben und die dann auch mit der Pipeline zu tun haben. Der Grund für den Ausbau liegt an der immer noch angespannten geopolitischen Lage und das bevorstehende Auslaufen der Transportverträge zwischen Russland und der Ukraine Ende 2024. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir weniger Gas aus Osteuropa bekommen oder vielleicht es dort unterbrochen wird, dann brauchen wir eine andere Quelle. Und die stärkste Quelle sitzt natürlich in Deutschland. Da kommt Gas aus Norwegen und aus den Schiffen, den LNG-Schiffen. Und das ist eine Grundlage der Versorgung, die nach Österreich reinkommt. Und wenn wir die Leitung dort verstärken, dann haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, hier Gas hereinzubringen. Und das bedeutet auch, dass wir langfristig Wasserstoff auf diesem Weg transportieren können. Und auch das ist wichtig, dass es eine Wasserstoffachse durch Oberösterreich gibt langfristig. Die Umsetzung dieser sogenannten Waag-Loop 1 ebnet also den Weg in eine grüne Zukunft. Denn über das durchgehend parallele Leitungssystem ist es möglich, Erdgas und Wasserstoff gleichzeitig bzw. nebeneinander im Netz zu transportieren. Dieser Ausbau der West-Austria-Gasleitung erhöht die Transportkapazität aus Deutschland um 30%. Das heißt um 27 Terawattstunden pro Jahr. Damit ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. Warum gerade bei uns im Müllviertel ausgebaut wird, ist einfach zu erklären. Es liegt ja schon eine Pipeline dort und es macht natürlich Sinn, entlang dieser Pipeline zu fahren, weil die miteinander zu tun haben. Und auch die ganzen Abzweigpunkte liegen dort. Das heißt, ich muss nicht alle Abzweigpunkte neu machen, sondern die können sich diese Pipelines dann teilen. Es geht von der deutschen Grenze, also von Oberkappel nach Bad Leon Felden. Das sind rund 40 Kilometer. Wird dort meistens relativ nahe an der alten Pipeline liegen, also so zwischen 10 und 30 Meter daneben. Aber es kann natürlich sein, dass an manchen Stellen woanders geführt wird. Hängt auch davon ab, wie da die lokalen Umstände sind und das muss man besprechen. Und auch erheben, Eisenbahnkreuzungen und neue Bauwerke, solche Dinge müssen da erfasst werden. Man braucht einen ungefähr 11 Meter breiten Servitutsstreifen, in dem die Pipeline drinnen liegt. Beim Bau kann man sich vorstellen, ist es so breit wie eine Straße, wo links der Bar steht und rechts wird eingegraben. Die Pipeline liegt ungefähr einen Meter 20 tief und fährt dann mit ungefähr 70 Bar. Der Baustart ist für 2026 geplant und bereits ein Jahr darauf sollte das Großprojekt abgeschlossen sein. Die Grundstückseigentümer sind von Beginn an eingebunden und dürfen sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der GasConnect Austria freuen. Wir suchen natürlich mit den Grundeigentümern ein gutes Verhältnis, betreffen es auf Augenhöhe. Der kann den Grund weiter benutzen, es kann das Feld beackert werden, man kann den Boden nutzen. Und soll es da wirklich irgendwo eine Einschränkung geben und wir zum Beispiel in das Grundstück hinein müssen, dann wird das natürlich bezahlt und wird immer abgegolten. Also wir sind sehr froh mit unseren Grundeigentümern und haben da eigentlich eine sehr gute Beziehung. Die Investitionssumme beläuft sich auf 200 Millionen Euro. Die Projektplanung sieht aktuell eine Fertigstellung Anfang bis Mitte 2027 vor.